Also für uns, für mich ist Kino nicht nur Film, Kino ist Technik. Und Technik muss immer der Vorreiter sein vor anderen Diensten wie heutzutage Streamingdienste, damals DVD oder große DLP-Projektoren. Wir mussten immer Vorreiter sein. Ja, also alles, was das technische Herz höher schlägen lässt, ist hier in einem der ältesten Kinos Deutschland verbaut worden.